Du hast Bock auf Arbeit, aber du hast keinen Plan wo? Du bist fertig mit der Schule und du suchst immer noch deinen Weg? Dann klick dich rein und finde dein Ding auf der Jobbörse der Region. Schau dir die Unternehmen an und mach dir ein Bild von deinem neuen Job. Die Ausbildung hier macht mir richtig Spaß. Alle gehen locker und respektvoll miteinander um und die Chefs sind echt cool drauf. Egal ob kreativ, zu packen oder irgendwas anderes. Bei uns findest du dein Ding. Finde dein Ding. Powered bei Oberessen Live.